Leider sind Erdbeerpflanzen sehr anfällig für Pilz- und Schädlingsbefall. Doch es gibt einen einfachen Trick dagegen. Jetzt, da die Eisheiligen vorbei sind, kann die Balkonbepflanzung beginnen. Ein üppiges Erdbeerbeet kommt da wie gerufen. Doch die Pflanzen sind sehr anfällig für Pilzbefall. Und auch Schnecken fressen sie gerne. Aber zum Glück gibt es einen einfachen Trick. Knoblauch. Dafür die Erdbeerpflanzen einfach reihenweise nebeneinander mit 15 bis 20 cm Abstand ins Beet setzen und Knoblauchzehen dazwischen legen. Dieser hält Schnecken und Pilze fern. Allerdings solltest du die befallenen Erdbeerpflanzen vorher entsorgen. Bei den frischen Pflanzen sollte der Knoblauch dann seine Wirkung zeigen. So kannst du leckere Erdbeeren im Sommer ernten.